Was? Geh ab! Was du machst, ein Videodeal? Videodeal! Hallihallo Hallöchen! Voll am drehen! Schönen guten Abend, liebe Rabatzaube-TV-Freunde! Schön, dass ihr heute Abend wieder dabei seid, kurz vor 19 Uhr bei Gandersheim. Wir schließen gleich die Pforten und machen mit dem Pferdi und mir noch ein Videodeal, richtig? Genau! Schön wäre es gewesen, wenn du Bescheid gesagt hättest, ich lege jetzt los! Was machst du hier? Ich dreh schon mit an. Der dreht schon, der dreht und dreht. So, Videodeal-Zeit! Der Papa war ja die ganze letzte Woche in Berlin am drehen für die neue Fernsehsendung, die im Sommer dann irgendwann läuft. Brimetime, 20.15 Uhr bei einem der größten Fernsehsender. Informationen darüber folgen noch. Ja, Videodeal-Zeit! Wir haben heute, passend zu dem schönen Wetter draußen, soll ja richtig Sommer werden jetzt, einen riesengroßen Edelstahl-Grill. Guck mal, so sieht er aus. Richtig großes Ding. Barbecue, ne? Guck mal, in Edelstahl. Vom allerfeinsten. Hier, Steel in the Steel, rostfrei, inox. Und zwar komplett. Auch die Schale, alles, alles, alles Edelstahl. Guck's dir an. 55 cm, 1,65 groß, das ganze Ding. Richtig stabil verpackt, alles dabei. Auch hier kann man hoch und runter lassen. Und auch hier, auch Edelstahl. Ja? Also kann man richtig platzen, kann man drunter auch so als Feuerschale benutzen. Kann man Feuerschale benutzen. Genau. Richtig schöner Schwenk-Grill sozusagen, man kriegt richtig was drauf. Der Preis für das Teil, 29,99 Euro. Wir haben ihn reduziert auf 24,99 Euro. 24,99 Euro plus Versand. Da sind wir ungefähr bei 30 Euro oder so, ne? Mit Versand. Und dann gibt's natürlich unseren weltberühmten Versandkosten-Schmerzen-Linderungsbeitrag. Unsere Erfindung ist übrigens geschützter... Geschützter Spaß. Geschützter Spaß, ja. Und zwar haben wir heute dabei ein Pop-Up-Kinderzelt. Guckt euch das mal an. So ist es verpackt. Ist so ein Pop-Up-Kinderzelt. Das machen wir jetzt so. Das packen wir aus, aus der Tasche. Und dann jetzt... Und dann steht's da. So ein Pop-Up-Kinderzelt. Das haben wir mal gegoogelt. Das gibt es unter 15 Euro. Haben wir keins gefunden, ne? Ne. Also ich sag jetzt mal, das kostet mindestens 10 Euro. Mindestens. Kriegst du nirgends als Pop-Up-Kinderzelt. Und dann können die Kinder richtig schön drin spielen. Wenn Mama und Papa am Grillen sind, können die Kinder schon spielen. Oder man kann sich hier selber reinsetzen. Oder? Ich bin hier auch in meinem Schloss. Ich hab mein eigenes Schloss. Na, wo ist der kleine Prinz? Ich hab mein eigenes Schloss. Wo ist der kleine Prinz? Guten Abend. So, also. Wir haben genug geplödelt. Machen wir mal wieder ernst, oder? Ja. Guti. Also. Versandkosten, Schmerzlingungsbeitrag, gibt's das Zelt einfach gratis obendrauf. 9,99 Euro gibt's geschenkt. Das heißt, beides zusammen. Das kommt hier mit rein. Und dann geht's ab. Und einmal, was machen wir noch dazu? Brauchen wir noch irgendwas dazu? Feuerzeuge machen wir noch dazu. Feuerzeuge. Geben wir noch obendrauf zum Grill anzünden. Kann man den gleich anzünden. Genau. Kann man gleich loslegen. Perfekt. Guter Plan. So machen wir's. 24,99 Euro plus Versand. Versandkosten, Schmerzlingungsbeitrag ist die Zelt. Die geht noch mit oben drauf. Packen wir hier mit rein. Und dann ist das Ganze vorne, hinten, oben, unten. Stimmt. Vorne, hinten, oben, unten, fest oder links. Klicken. Und uns ne Mail schreiben Mundehaare, Videodeal. Und dann ist das Ganze zu euch unterwegs. Jetzt drücken 50 Sets gibt's. Bis dann. Tschüss.